Im Jahr 2007 ist die Hamburger S-Bahn 100 Jahre reif geworden. Zuerst gab es Züge mit Oberleitung. Ab Anfang der 40er Jahre kamen dann moderne Gleichstromzüge. Mittlerweile sind im Hamburger S-Bahn-Netz nur noch neue Züge unterwegs. Die Ära der rumpelnden blauen Dreiwagenzüge ist vorbei. Wir waren 1997 im Hamburger S-Bahn-Netz unterwegs, als noch alle Fahrzeuggenerationen fuhren. Zehn Jahre später gibt es nur noch Museumszüge, die an diese Zeit erinnern. Steigen Sie ein und fahren Sie mit. Die Hamburger S-Bahn, gestern und heute.